einen wunderschönen guten tag und ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten damen und herren da sind wir wieder magenta sport ihrer unser aller lieblings sender mit der wunderbaren geschichte dritte liga top thema alexander klick ich grüße dich herzlich und möchtest du nicht sagen ich grüße dich heute keine beschimpfung und so ich war nein überhaupt nicht nein ich freue mich dich zu sehen und ich möchte dir gleich mal zu beginn mit auf den weg geben wie haben wir uns das eigentlich gedacht so vor vier fünf sechs wochen als wir über dieses format nachgedacht haben das sollte kuschelig werden ja ich habe mir vorgestellt wie die leute zu hause noch mal in die badewanne gehen den bademantel anziehen ja noch mal schön bisschen kohle in den ofen werfen und dann ist es eine gemütliche atmosphäre wie so damals als man wetten das geschaut hat die auf unserem kuschelsender magenta sport und was machen wir dann einen brennpunkt nach dem anderen weil die dritte liga völlig gaga wird ja was haben wir jetzt in den letzten tagen gesehen mein lieber klichomat wie viel trainer sind gegangen wurden drei stück ja sehr irre wie du sagst es wird irgendwie so zu einer brennpunkt sendung deswegen haben wir auch letzte woche schon über den msv duisburg gesprochen das war ja auch so ein brennpunkt und da musste natürlich der kollege gino lettieri gehen da ist dann witzigerweise ein weiterer gefeuerter trainer untergekommen pavel dotchev ja unser dritte liga rekordtrainer den sehen wir jetzt an der seitenlinie bei den zebras für ihn bei der viktoria aus köln jetzt olav jansen hattest du den auf dem zettel ne hatte ich gar nicht auf dem zettel und es war eine komplett verrückte woche also dieses trainer karussell von dem man immer so locker flockig aus der hüfte geschossen spricht das hat in diesem fall echt mal 100 prozent zugeschlagen absolut und da wo es auch zugeschlagen hat ist beim ersten fc kaiserslautern unser magenta sport dritte liga top thema ist heute der fck jeff sei bene musste gehen dafür jetzt neu marco antwerpen es gibt auch einen neuen kapitän beim fck und was soll ich sagen jetzt habe ich dir den teppich ausgerollt mein lieber klichy vorhang auf sage ich einfach nur noch für jean zimmer herzlich willkommen in unserem kleinen schnuckligen format ich habe die große erste frage ob du so eher der typ draufgänger bist du bist seit vier wochen hier du hast drei spiele absolviert du bist auf einmal kapitän und muss kaiserslautern in der größten vereinskrise irgendwie da rausführen ist dir das schon klar geworden also um die ursprüngliche frage zu beantworten ich glaube dass ich kein draufgänger bin aber ich glaube schon dass ich auch hierher zurückgekommen bin mit dem bewusstsein über diese verantwortung und ob ich da jetzt c auf dem arm stehen habe oder nicht das ist das ist ganz egal ich die verantwortung habe ich in den drei spielen auch den platz schon versucht zu übernehmen und ob da dann im endeffekt kapitän draufsteht oder nicht das ist mir egal und ja natürlich weiß ich um die lage des vereins auch das war natürlich ein grund warum ich hierher zurückgekommen bin um auch in gewisser weise ein bisschen was zurück zu geben aber ich weiß auch und das sollte man auch wissen dass man allein jetzt ein spiel nicht gewinnen kann ich bin einer von elf ich versuche die erfahrung die ich habe mit reinzubringen die jungs mit voran zu pushen und dann müssen wir das ding woche für woche mit elf mann ziehen aber dass ich da alleine aufs feld gehe und zehn mann auf dem rücken und ich mache das schon dann wird es sehr sehr schwer das glaube ich dir die kaiserslautern fans die sind heiß die sind heiß auf den fck egal in welcher situation die sind heiß auf jean zimmer wir werden auch in diesem interview wieder mal eine fanfrage einfließen lassen die haben uns unendlich zugeschüttet mit faxen ja die habe ich alle noch hinten liegen die wollten zum beispiel von dir wissen wie es sich angefühlt hat als du erfahren hast dass du der neue fck kapitän bist vielleicht kannst du uns mal sowieso reinholen in diesem moment als dir das zugetragen wurde es war gestern war so dass ich dann wieder ins training gekommen bin ich war bis vorgestern krank geschrieben weil es mich letzte war dann doch zerlegt hat und dann ist es relativ einfach gewesen der trainer hat hat ein vier augen gespräch mit mir geführt hat mich gefragt ob ich mir das vorstellen kann ja und er hat ja in der pk auch erklärt warum er diese entscheidung getroffen hat um ihm auch carlo in gewisser weise zu helfen und dann habe ich ihm auch ganz klar gesagt dass es dass es eine riesen ehre für mich ist natürlich und dass ich mich darüber freue und dass es für mich niemals eine belastung sein wird sondern dass es mich eher voran pushen wird und ich egal ob ich kapitän bin oder nicht dass ich sowieso verantwortung auf und neben dem platz übernehmen werde dann mache doch gleich mal weiter mit einer weiteren fanfrage die auch mich interessiert ich meine bis 27 jahre alt im besten fußballer alter hätte es in der zweiten fußball bundesliga mit düsseldorf vielleicht sogar um den aufstieg spielen können und hast gesagt mensch ich gehe nach kaiserslautern da spiele ich jetzt ums nackte überleben warum ja wie gerade eben schon schon leicht angeklungen es gibt viele verschiedene kleine punkte die dazu geführt haben dass ich dass meine familie dass wir uns dazu entschlossen haben den schritt zu gehen über allem steht natürlich die liebe zu dem verein hier das steht einfach drüber dann natürlich auch die möglichkeit dass meine frau selbstständig ist von zu hause aus arbeitet das mitmachen kann heißt ich sehe meine familie ich kann meine familie sehen kommen zu meiner familie zurück nach hause sehen meine eltern häufiger diese enkelkind häufiger und dann natürlich auch die sportliche situation war in düsseldorf auch nicht so dass ich sage okay geil ich spiele jedes spiel und oder jedes zweite sowas sowas auch nicht und von daher waren das so viele kleine punkte die dann dazu geführt haben dass ich hier zurückgekommen bin das klingt ja fast wie ein märchen ja das ist ein absolutes märchen wovon er da erzählt und ja als du gekommen bist da war ja noch ein anderer trainer als der der jetzt gekommen ist marco antwerpen das heißt du hast auch schon innerhalb dieser kurzen zeit ein trainerwechsel hinter dir in kaiserslautern wie nimmst du marco antwerpen war wie war dein erster eindruck wir arbeiten jetzt seit zwei tagen zusammen ist ein sehr sehr offener menschen sehr ehrlicher direkter mensch und ich glaube dass wir so jemand auch in dieser situation brauchen weil es hilft nicht viel rederei oder sonst was sondern das müssen einfach taten auf dem platz folgen wir hatten heute eine sehr sehr intensive einheit mit auch einigen taktischen hinweisen die uns mit auf den weg gibt und ich hoffe und glaube dass das funktionieren kann nichtsdestotrotz muss ich auch sagen in den drei spielen die ich jetzt unter chef saibene gespielt habe war es auch nie so dass uns der gegner komplett an die wand gespielt hat ich glaube in ferl mit dem elfmeter wenn wir den machen steht es 2 0 in dresden haben wir die riesen chance auf 4 2 ja und auch zu hause hatten wir jetzt gegen türkische münchen hatten wir zwei sehr gute chancen haben hinten nichts zugelassen also es ist nicht so dass wir da unter dem trainer keine chance hatten sondern es ist einfach im effekt tut es mir leid weil weil es einfach unglücklich gelaufen ist aber ich glaube auch da hatten wir die chancen diese spiele zu gewinnen und auch nicht irgendwelche kleinen sondern schon auch sehr große chancen lass uns noch ganz kurz bei marco antwerpen bleiben der hat ja einen sehr stabilen eindruck hinterlassen auch in der pressekonferenz da hören wir jetzt mal kurz rein ich spüre diesen rucksack nicht also ich habe ein breites kreuz und ich halte viel druck aus von daher stellt sich diese situation für mich nicht ich versuche die die spieler mit sehr sehr viel selbstbewusstsein auf den platz zu schicken und das werden wir auch schaffen am samstag und ja ich kann diese diesen druck nicht spüren ich glaube es ist natürlich auch sehr speziell jetzt in dieser woche neue trainer zu werden in lautern weil am samstag jetzt nicht irgendein spiel auf uns wartet von daher also ich verspüre auch keinen druck ich stehe da komplett hinter dieser aussage ich glaube nicht dass du vorankommst wenn du groß druck hast oder sonst was sondern du musst spaß wiederentwickeln du musst vor allem spaß und gier am gewinnen entwickeln und nur dann fährst du punkte ein und ich glaube das hat er gut gesagt und das vermittelt er der mannschaft auch genau so und nur so haben wir eine chance du bist ja hervorragend vernetzt auch im fußball und natürlich macht man sich in der mannschaft dann auch gedanken wenn man dann den neuen trainer namen hört man hat sich schon mal irgendwie das ein oder andere vielleicht von ihm angeschaut und sieht dann die letzten station waren vielleicht nicht so dolle ist das dann etwas wo man dann schon mal ein bisschen zurück schaut und sich sagt okay was kommt auf uns zu oder geht man da völlig unbelastet rein ich bin ein typ der was was sowas angeht einfach sich sein eigenes bild macht das mache ich bei einem neuen trainer das mache ich auch bei einem mitspieler muss ehrlich sagen ich habe jetzt nicht viel von ihm mitbekommen weil ich nicht viele berührungspunkte oder ehemalige spieler mitspieler habe die unter ihm trainiert wurden heißt da waren auch jetzt niemand der mir geschrieben hat ach du scheiße so ein pech aber auch oder auch niemand der luftsprünger gemacht hat für lautern weil ich einfach dahingehend keine kontakte habe ich glaube er kennt die liga sehr sehr gut er ist mit braunschwerk aufgestiegen in der sehr sehr schwierigen liga und daher hat er seine qualität mit sicherheit und die hat auch jetzt schon gezeigt ja gut schon nicht nur du bist gut vernetzt übrigens und dann auch mein kollege christian straßburger und als es dann genießen hat hey der jord zimmer der wird kapitän da hat sein handy dauer vibriert wahnsinn das ist einfach unglaublich ich spiele dir jetzt mal was vor ja genieße es lehn dich zurück und sei mal gespannt ich freue mich sehr für dich dass der neue kapitän bis des ersten fck ist lautern ich finde das super ich glaube es gibt keinen besseren momentan wie dich in der mannschaft du hast das verdient zeig was du kannst geh mit herzblut voraus so wie du das immer machst die fans lieben dich und deswegen weiß ich dass du das alles auf den platz bringst und ihr schafft das noch und ich bin davon überzeugt dass ihr das in die richtige richtung lenkt mit dir als kapitän du gehst vorne weg und wirst es super machen von der liebe grüße aus freiburg macht's gut euer heim zieht der heim zieht es hört sich sehr gut an wie ist deine verbindung zum kollegen heim zieht gut natürlich also man hat regelmäßigen kontakt es ist durch social media einfacher geworden in kontakt zu bleiben natürlich auch frisch fahrer geworden von daher hat man da selbstverständlich kontakt regelmäßig auch und auch kurz hin und her geschrieben nachdem der wechsel feststand es gibt so viele ehemalige ja das war jetzt positiv aber die geschichte des ersten fck kaiserslautern ist ja wirklich unfassbar und ein wahnsinns traditionsverein wo ja wirklich aktuell in der fußballwelt immer noch ganz viele sind die diesem verein verbunden sind ist das wirklich so du kannst mit uns offen sprechen verspürst du wirklich überhaupt gar keinen druck vor allen dingen in dieser beschissenen situation ne weil ich einfach glaube dass das man durch druck nicht vorwärts kommt also natürlich macht sich jeder spieler in gewisser weise seinen eigenen druck oder hat sich sein ganzes leben lang einen gewissen druck gemacht um eben ziele zu erreichen aber es ist nicht so dass ich jetzt hier aktuell das gefühl habe okay ich habe hier zwei richtig fette brocken auf den schultern und muss damit jeden tag durch die welt spazieren also so geht es mir nicht es kam jetzt auch noch kein anderer spieler auf mich zu der gesagt hat er hat nacken probleme dem ich da helfen muss von daher ja ich wie gesagt ich kann nur von mir sprechen da ist es nicht so ja ein weiterer mann der man kann es nicht man muss es nicht drucknehmer nennen aber der wirklich sehr sehr viel zu tun hat gerade beim fck ist natürlich der beiratsvorsitzende dr markus merk und ich muss echt mal eine lanze brechen was der am mittwoch in der pressekonferenz wieder für eine aufbruchstimmung erzeugt hat und wie der echt auch gerade ein breites kreuz macht für den fck das hat mich persönlich tief beeindruckt nacheln sie mich und uns nicht fest sie wissen dass ich mutig dass wir mutig sind das habe ich am wochenende gesagt wir wollen schnell handlungsfähig sein schnell einen neuen cheftrainer präsentieren das haben wir getan es war uns wichtig dass marco auch sofort hier ist dann die zwei corona test macht wir haben alle eine unfassbar schwierige zeit für mich und zwar wichtig dass bevor wir hier sitzen eine pressekonferenz dass marco dort ist was wo es jetzt am wichtigsten ist bei der mannschaft vorab das sind entscheidende faktoren jetzt sind wir hier und ich habe es dann auch gesagt am wochenende dass wir diese sportliche ausrichtung sehr schnell hoffen zu finalisieren und dann werden wir wieder uns wahrscheinlich hier treffen mit den nächsten neuigkeiten glauben sie mir wir schlafen nicht sondern wir tun alles um diesen verein in eine bessere zukunft zu führen wirtschaftlich da haben wir riesen steine weggeräumt in den letzten 13 monaten und sportlich und da sind wir gefordert und ich sage es auch noch mal gern da sind wir selbstkritisch genug dass wir auch wissen dass da nicht alles perfekt gelaufen ist wenn du das hörst kann man doch verstehen warum so viele leute angst vorm zahnarzt haben oder mit sicherheit da kriege ich auch noch mal angst was da gerade auch für ihn an druck oder wie auch immer an aufgaben da ist neuen trainer suchen neue sportliche leitung suchen die plan insolvenz liegt da hinten dran also da ist ja so viel im umbruch beim fck für mich persönlich total wichtig dass du einen starken mann hast der momentan da zumindest ein bisschen zuversicht in dieser absolut existenziellen krise ausstrahlt ja natürlich also ich glaube da sind auch noch so viele sachen im hintergrund von denen wir alle gar nichts wissen also die einfach tagtäglich gemacht werden müssen und dann hast du eben den kopf und gesicht mit markus merck der halt einfach sich in die pk setzt in einer sehr sehr schwierigen zeit und einfach ja optimismus ausstrahlt und nur das hilft in dem moment und ich meine es ist seit einem jahr und mittlerweile noch eine sehr sehr schwierige phase grundsätzlich in unserem leben und jeder der erstmal fck hält hat vielleicht dann noch eine schwierigere phase nicht so dass das ja einfach jeder kommt hierher schnürt seine schuhe kickt ein bisschen und fährt nach hause als es uns ist es auch nicht scheißegal und das soll es auch nicht sein und falls ich das mitbekommen sollte dann gibt es auch ein problem aber es ist auch nicht so dass ich das gefühl habe es geht hier jeder mit gebeugten kopf rum und hat angst davor irgendwie einen fehler zu machen im training oder sonst was weil ohne mut fußball spielen dann wird es sehr sehr schwer was auch viele fans interessiert hat ist natürlich das große spiel das spiel des jahres das derby gegen mannheim steht jetzt unmittelbar bevor ist dann eben dieser mut den du da auch angesprochen hast dafür genau die richtige strategie klar also nicht nur für das spiel sondern ich glaube den mut sollten wir in jedes spiel mitnehmen ich glaube nur dass wir jetzt für den samstag eine gewisse geilheit mitnehmen müssen in dieses spiel um so ein derby zu bestreiten auch wenn eben keine fans da sind aber ich weiß und bin fest davon überzeugt dass so viele zuschauer zu hause sitzen und dem fck die daumen drücken und vor dem fernseher diverse fingernägel knabbern weil sie so drin sind im spiel und sehr sehr gerne natürlich dabei werden und das sollten wir mitnehmen das sollten wir in unseren hinterköpfen haben und wenn wir das machen und für den verein für die ganze region spielen dann wird uns niemals einen vorwurf machen das ganze übrigens dann am samstag ab 13.45 bei deinem bei unser allem lieblingssender magenta sport ja genau klich das wollte ich nur mal eben runterbringen ein bisschen cross das gibt sicher extra gage da bin ich mir ziemlich sicher wir haben noch eine zuschrift bekommen würde ich das mal sagen klich meinst du jetzt ist der richtige zeitpunkt dafür wenn ich jetzt wann dann bitteschön vielleicht erkennst du denjenigen wir schauen mal hey Jean liebe Grüße aus deiner alten Nachbarschaft ich hoffe dir geht es soweit gut und ich wollte dir noch gratulieren zum Kapitänsamt in Kaiserslautern ist natürlich eine riesen Aufgabe aber wenn ich es jemandem zutraue in der aktuellen Situation dann dir und ich hoffe dass du die Mannschaft jetzt gut führen kannst und endlich mal dass wir wieder über dem Strich stehen und dass es dann wieder aufwärts geht da wo wir alle natürlich wieder hin wollen aber ich denke du machst einen super Job jetzt mich freut es dass du da jetzt den Weg nochmal zurückgefunden hast und klar ohne Zuschauer ist es natürlich nicht dasselbe aber ich glaube dennoch hast du sehr viel Herzblut und darüber freuen sich auch die ganzen Fans dass du wieder zurückgekommen bist und ich drücke dir alle Daumen auch für die nächsten Wochen die natürlich nicht einfach werden von daher gib Gas Junge ich verfolge dich und drücke dir den Daumen und natürlich auch der ganzen Mannschaft und ich wünsche dem FCK viel Erfolg und vor allem dir Ciao der DFB-Pokal-Viertelfinalist Tobias Sippel ja auch wieder also sehr sehr rührende Worte Tobi wohnt in Düsseldorf in Wittler oder ist mittlerweile glaube ich umgezogen ja und war da fast Nachbar und dadurch dass sie auch zwei Runde haben hat man sich da natürlich häufiger gesehen ja und auch da ist man ist man natürlich immer in Kontakt freut mich umso mehr solche Worte von ihm zu hören und er spricht ja immer von wir Dominik Heinz spricht auch von wir du sprichst ja auch von wir du bist ein lauterer Bub kannst du einmal für mich wenn das keinen anderen interessiert okay aber für mich dass du mir einmal erklärst was bedeutet dir dieser erste FC Kaiserslautern dass du das jetzt machst dass du aus dem Aufstiegskampf wie Alex es vorhin gesagt hat zum FCK gehst in dieser Situation hast du so romantische Worte für den FCK wenn ja dann bitte jetzt ich glaube es ist sehr sehr schwer in Worte zu fassen was man empfindet wenn man so sehr Fan von einem Verein ist und ich glaube jeder der in dieser Region hier aufwächst und nicht verdorben ist und Bayern Fan ist der lebt Kaiserslautern der lebt den FCK ich habe zum Beispiel einmal jedes Jahr zu Weihnachten habe ich einmal einen Kalender bekommen das war einmal jedes Jahr habe ich mich an Weihnachten drauf gefreut ich kriege wieder einen Jahreskalender vom FCK so der hing dann das ganze Jahr bei mir im Zimmer das sind einfach Sachen die bekommen wir in Anführungszeichen eingeimpft also egal ob man mit dem Vater mit dem Großvater ins Stadion geht ich glaube man kann grundsätzlich wenn das Stadion voll wäre egal wen fragen jeder hatte diesen ersten Besuch mit einem Familienmitglied so das wird einfach weitergegeben das ist nicht so dass man was machen wir Samstagmittag nichts zu tun ja komm wir gehen ins Stadion sondern es ist einfach so was machen wir Samstagmittag ja bist du dumm hast du mal im Kalender geguckt so ist einfach ganz klar was dann auf dem Programm steht und das bekommt man von von klein auf mit und ich glaube dass dass man deshalb einfach dieses Wir-Gefühl mit eingeimpft bekommt irre ich hatte eine Gänsehaut und was spannend ist ein Dominik Heims zum Beispiel der kann sich ja auch durchaus ein Karriereende beim FCK vorstellen vielleicht kannst du ja auch den Kollegen Sippel davon überzeugen und natürlich auch den Fans und uns sagen wie sieht es denn eigentlich aus du hast jetzt erstmal die Mission Klassener das ist klar aber kannst du dir auch einen Verbleib vorstellen über die Saison hinaus also zum einen Mal würde mich natürlich sehr freuen wenn es irgendwann mal wieder alle Wege fährten hier aus der Pfalz zurückzieht ja bei unserem verwöhnten glattbarer Bubi glaube ich wird das sehr sehr schwer ist jetzt da im Westen angesiedelt ist ja auch nicht mehr der Jüngste kannst du gerne so weitergeben liebe Grüße ne und dann ist bei mir persönlich ist die Situation dass es eine Kaufoption gibt im Sommer wir aber alle Parteien ganz klar gesagt haben dass wir die Saison zu Ende spielen wollen und uns dann zusammensetzen was wie Sinn macht ja und so sind wir jetzt Auge fahren aber natürlich gibt es Überlegungen mein Leben lang hier zu spielen natürlich sonst gäbe es diese Kaufoption nicht Entschuldigung Nein ich muss mich entschuldigen das habe ich das habe ich das habe ich nicht so gelernt auf der Markus Lanz Journalistenschule sondern ich habe gelernt im richtigen Moment nochmal nachzufragen deswegen wir gehen mal überhaupt nicht von einem Worst Case aus aber stell dir das mal vor ja der 1. FC Kaiserslautern muss tatsächlich in die Regionalliga ist es dann auch möglich dass du da mitgehst oder wäre das ausgeschlossen wir werden nicht absteigen da mache ich mir keine Gedanken Bäm das ist doch mal ein Schlusswort würde ich sagen liebe Freunde der Volksmusik können wir so nehmen sensationell jetzt kannst du dich in deinen Ford Mustang setzen und dann ab er steht in Düsseldorf und dafür ist das Wetter auch nicht gut genug vielen Dank genau genau aber warum das dein Lieblingsauto ist und so weiter und so fort da sprechen wir uns mal wieder wenn die Zeiten rosiger sind du scheinst auf jeden Fall ein sehr interessanter und sympathischer Junge zu sein habe ich nicht oft wenn du danach da guckst mein lieber Freund Jean Zimmer und da sagt einer noch der moderne Fußball ist nichts mehr für Romantiker ja oder für Typen ja was haben wir für Typen und Jean Zimmer ist einer jetzt mit der Binde am Arm ich bin wirklich unfassbar gespannt auf die nächsten Wochen beim 1. FC Kaiserslautern ja wir machen ja hinten raus immer ganz gerne noch einen Kessel Buntes und mir ist einfach ein Mann voll in den Fokus geraten nein auf keinen Fall du nämlich Morris Schröter vom FSV Zwickau was macht der eigentlich letzten Wochen der holt den Punkte ohne Ende schießt die da aus dem Abstiegskampf raus das sucht ja seinesgleichen absolut vor allen Dingen Zwickau ja auch die waren ja mal hier dann sind sie wieder da und wenn da auch einer ist ein Typ ist der ja die Verantwortung übernimmt und so Feuerwerke abbrennt da kann man nur sagen Hut ab aber was mir das auch zeigt mein lieber Klischi wo will diese Liga hin wo endet das alles da denkst du dir komm der Verein der wird wahrscheinlich nicht mehr zu retten sein fünf Wochen später ist der wieder da oben die anderen sind wieder unten also einfach nur geile dritte Liga wie die letzten beiden Jahre am Ende ist es dann vielleicht ein Tor was dann echt den Unterschied macht ob du drin bleibst oder absteigst apropos absteigen wo steigst du ab am nächsten Wochenende ich steige am Montag ein in die Magenta Sportübertragung mit dem Montagabendspiel ab 18.45 1. FC Saarbrücken gegen den MSV Duisburg also ich erlebe live und hautnah die Premiere von Pavel Dotschev gegen Kvasniok also zwei Typen dieser Liga ich glaube das wird ein hervorragender Abend für die ein oder anderen zu Hause ja sowieso wenn sie hören dass ich das kommentiere um Gottes Willen an alle MSV Fans schön wieder die Hupe drücken in diesem Sinne bis dahin ciao servus habe die Ehre